Zukunft, Karriere, das waren schon immer Aspekte, die mir wichtig waren und ich wusste schon immer, wo mein Weg hinführen sollte. Mein Name ist Jacqueline Forti und ich habe mich nach dem Abitur erst für ein Bachelorstudium an der Hochschule Weserbergland entschieden und für mich war relativ schnell klar, auch den MBA hier an der Hochschule zu machen. Die kleinen Studiengruppen sind perfekt, das heißt man hat wirklich die Möglichkeit immer im direkten Austausch mit den Dozierenden zu sein, mit allen anderen Studierenden und hat dadurch einfach nochmal die Möglichkeit alle Themen wirklich zu besprechen, die man selber hat und so eben auch wieder in die Praxis umsetzen zu können. Das ganz Besondere für mich war am Coaching, dass noch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis aufgebaut wird und eben auch wirklich Unternehmens-Themen mit einzubringen, persönliche Themen mit einzubringen, sodass ich wirklich einen riesen, riesen Mehrwert daraus hatte. Das Highlight war auf jeden Fall der USA-Aufenthalt. Die Vorlesungen haben auf Englisch stattgefunden, was mit Sicherheit im ersten Moment eine kleine Herausforderung war. Man ist aber doch relativ schnell reingekommen, das hat man spätestens in dem Moment gemerkt, als man angefangen hat auf Englisch zu träumen. Ich habe mich als allererstes über die Homepage informiert. Mir war es wichtig, mir einmal den Aufbau des Studiums anzugucken, auch einmal zu schauen, wie viel Zeit muss ich wohl aufwenden. Und das Zweite, was mir persönlich sehr, sehr weitergeholfen hat, war ein Beratungsgespräch, um nochmal meine persönlichen und individuellen Fragen zu stellen, um so eben wirklich auf Nummer sicher zu gehen, das ist genau das, was ich möchte. Ich freue mich immer auf die MBA-Treffen mit den alumni, aber auch mit den aktuellen Studierenden. Wir treffen uns immer in regelmäßigen Abständen in unterschiedlichen Unternehmen und es ist einfach schön, sich auszutauschen über die aktuellen beruflichen Situationen, aber natürlich auch über private Themen. Da ist der Kontakt nach wie vor sehr, sehr gut. Bist du neugierig geworden und überlegst, weiterführend zu studieren? Dann vereinbare doch direkt deinen persönlichen Beratungstermin an der Hochschule.